Musik 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 So, ich hier live in action bei der Safe Zone Musik 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 Sch**** Safe-Sound-Geplänkel Nenne ich das jetzt mal Wieder mit meiner Verstärkung Im Tiny Jetzt muss ich noch aufpassen, dass ich nicht sterben tue hier Oh, der will mich abschießen Oh! Ja, ich seh schon Jetzt meint das eher nicht Geräusche waren grad geil Ja Ja Wo ist denn dieser dritte eigentlich hin? Ach, da oben steht da The Porter John Ist der wieder weg oder was? Ey, du Bongo-First, ey Der Typ hat irgendwie gelitten Oh, er steht wieder Ja Werftig Einfach mal in Richtung Safe-Sound gehen Dann stehst du auch nicht runter Hm Achtung hinter dir Du stehst da ungünstig Loll Bist du runter gefällt? Ne Ja Weißt du, ja da ist ja nicht schlimm Ich wollte den runter baggen, den Typen Aber der ist dann hinter das Ding da gelaufen Und konnte mich nicht treffen Pass auf, gell Nicht, dass der dich von der Seite dann runter schießt Weißt du, ich mein Dass du da runterfällst Ja Boah, ich sag's auch noch Du weißt wie knapp das jetzt war Naja, ging eigentlich Knutscht ihr da? Ihr zwei, oder was macht ihr da? Popofick, ey Scheiße, Alter Auf und da kann ich die nicht abknallen We're coming to my spine 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 Warte, ich mach mal Oldchat Auf B D Shut up Das ist doch der Porta Poor The Porta John Yeah Im Küchenmesser Oder? Ne, der hat sogar ne Waffe Oh, jetzt geht Jetzt will er was wissen Mensch, guck mal der kommt jetzt Ich hab' den Ball hier Der Ball hat ihn hier schon wieder Da hinten Der mag dich nicht Irgendwas Den könnte ich eigentlich runterballen Hier Jetzt glaub du dich schon wieder weg Ich wollte grad schießen Wer macht denn eigentlich diese Geräusche da immer? Weiß ich nicht, ich glaub der Fahrtkill Das ist halt nur blöd Wenn ich hier nach hinten gehe Dann falle ich halt raus Wenn der mich trifft Ja, würdest aber auch nicht sterben von Ja doch, wenn ich dazwischen runterfalle, ist mir schon passiert Aua Ja doch Fatschenknecht, ey Die haben irgendein Problem, glaub ich Oh, der Porta John hat sich ausgelockt Macht der das? Hehehe Unser schlimmster Alpturm Ach, schade Der Typ ist so bad, ey Was ist los? Gesichtsbaracke Die haben auch die gleichen Masken auf, oder? Ja Jetzt sind die so hässlich, ey Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ja, ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Wenn der jetzt noch mal ein paar Mal schießt, dann knall ich dem voll in die Fresse Nimm ich jetzt die automatische und dann ziele ich, dann sieht der das nämlich dahinter nicht Ich muss nur auf den anderen aufpassen Auf den anderen? Auf welchen Weg denn sitzt du denn? Ja, auf den der da hinten steht, da, genau Aber der darf halt nicht neben mir stehen Nice Alter Na, der war grad draußen, achte mal auf den da hinten, da rechts Da hat der Na, wenn der nicht aufpasst, dann kann ich den hinten töten Fastkill Aber wenn ich den abschieße, dann schießt der halt mich ab Oh Naja, alles gut Fastkill, der ist ähm Ich bleib mal hier sogar, das ist besser Ja, dieser Fastkill, der wird auf jeden Fall jederzeit auch nach rechts gehen dann Ich glaub der ist aber gleich draußen, muss mal aufpassen Ja Ich seh's ja, wenn er draußen ist, anhand der Waffe Ja Der ist immer noch drin, der will grad gucken wie weit er gehen kann Jetzt ist er draußen Jetzt hat er den Punkt Der kommt noch mal mit hoch, Alter Da unten bringst du mir nix, geh mal weg, oder hüpfen wir hoch Unruh Parabine fahrmarschfallen Parabine fahrmarschfallen Parabine fahrmarschfallen Pfff Die sind so geil, ey Die haben nicht sterben, gell Ah ne, mit der Pumpgun, der nervt so wie witz. Man denkt, man stirbt gleich, ne? Ich hab das schon öfters durch, von daher. Die Munition, die schon verballert. Du musst dich um den da hinten kümmern. Um welchen jetzt? Ich gehe jetzt einfach hier um die Ecke, so. Da kann er mich auch nicht mehr abschießen. Doch, klar. Na, der steht nicht in der Safezone, der da hinten. Jetzt kommt er wieder, der kommt wieder. Der kommt wieder hier wieder. Ja, geh du auch mal hoch jetzt. Das weiß ich ja, jetzt hätte ich zu schießen. Oh, da hinten auf dem Gerüst ist einer. Hinter dir. Boah, was? Schock mich doch nicht so, ey. Ne, da hinten ist nämlich noch ein Typ. Was kommen bei dir denn? Ich block den. Oh, Mann, Alter. Da hinten ist gerade einer auf dem Gerüst, auf dem anderen Gebäude, der da war nichts. Boah, ich sehe den. Ach, da unten, da läuft er jetzt. Über die Straße. Genau. Einen an einer Klatsche, Alter. Ich glaube, die Typen hier haben kein Leben, ey. Ich glaube, mit denen könnten wir beste Freunde werden, oder? Der kommt zu dir rüber. Ah, der ist scharf. Die blockt den jetzt. Ja, der blockt den. Bleib einfach stehen. Oh. Alter. Ey, der ist unten. Der ist... Ja, du musst mir mal ein bisschen helfen, Alter. Ja, ich bin gerade bei dem linken. Wo ist der? Der andere... Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ich habe den anderen nur unterwegs. Wo bist du überhaupt? Seh dich gar nicht. Hier. Das sieht geil aus. Warte nochmal. Wo bist du denn? Scheiße. Wo? Warte, der, der, der links ist einer noch. Ey, fließt ihr auf einmal da rechts. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich habe ihn so einmal erwischt. Ja, pass auf, gell. Okay, der eine ist unten. Und da brauche ich ihn einmal erwischt, ey. Da suche ich ihn mal wieder ein bisschen zu blocken. Ey, das bringt voll gar nichts. Man kann ihn hier gar nicht blocken, ey. Die Bauern. Natürlich kannst du ihn blocken. Echt? Ja.